Als er ein Wüstenbild malen wollte, hielt ihn auch der sich nähernde Sandsturm nicht vom Malen ab. Staffelei und Leinwand mussten festgehalten werden. Der ägyptische Sand vermischte sich mit der Ölfarbe und ist heute noch auf dem Gemälde Sandsturm in der libyschen Wüste zu sehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017